Ich bin im Kaffee. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Ich kann es nochmal machen. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Was ist mein Problem? Nehmen Sie ab. Mein Gesicht zeigen. Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das ist bezweiflich. Nice. Cool. Visiere. Ähm, haben wir hier sonst noch Geschenke in Flaschen? Scheiße, ja. Coole Sache. Ja, in dem Moment verpasst ich über die ganzen Kleinigkeiten hier. Flasche, immer gerne. No Entry. Ah, natürlich. Hoffentlich lohnt sich das. Ein Tresor, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, wir haben eine Falle. Was ist der Vierzigte? Zehn. Aber wenn wir es mal mit Zehn, wenn es jetzt wirklich ist. Ähm. Äh, Eingabe. Achso, das sind mehr. Zehn. Geh nochmal kurz weg. Zehnte Oktober. 22. Der Vierzigste. Jetzt wieder zurückrechnen. Äh. Zwann. Also du weißt dann. Zehn. 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 Achtzig? Äh, probier's mal. Zehn. Zehn. Achtzig. In die Richtung mal. Geil. Was haben wir denn hier? Schalldäpfer! Yeah. Ein Einhandkaniber 50. Du kommst mit mir. Ghost. Soap. Mehr Durchschlagskraft. Check. Deine Lebenserwartung ist gerade gestiegen. Und natürlich Visier hier rauf. Ähm, ich glaub ich mach das Ding wieder aus. Oh, scheiße. Ohne Waffe wird er nicht weit kommen. Einer von eins für eins ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuch die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Achtung, der Tunnel ist geflutet. Das wird ein kaltes Bad. Warte. Ich möchte da links raus. Soll ich ihn töten? Okay. Gehen wir mal hier raus. Ja, falsche Waffe. Noch aufrecht? So weit, so gut. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Ich geb ihnen deine E-Mail, dann können sie sie da hinschicken. Ich werde sie mir nicht ansehen. Jedenfalls nicht mehr als einmal. Kranker Bastard. Okay, bringt mir das was, dass ich jetzt hier hinten rennlaufe? Tür. Lieutenant, ich bin an der Bar. Magst du Tequila? Nein, schmeckt wie Hundepässe. Wenn du das sagst. Gibt's ne taktische Verwendung für Hundepässe? Wolfsjagd. Sie folgen der Fährte. Jagst du auch mit Maske? Na klar, mit Tarnmuster. Ich wette, du schläfst doch mit dem Ding. Tief und fest. Okay, das ist ne totale Sackgasse hier drin. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht raus. Die ist 33 Meter da hinten. Ich bin ganz weit weg. Aber das ging jetzt gerade sehr einfach. Das ist mal hier oben. Spielzeug. Ja, war sicherlich mal eine schöne Bar gewesen hier. Vielleicht gebrauchen. Ich würde gerne auf der anderen Seite irgendwie da runter. Die Flaschen sind voll. Das ist voll. Ich hab Öl gefunden. Öl, Flasche und Seil für einen Docht. Zeit für einen Cocktail. Da muss ich hin, oder? Hinten rein. Da ist aber ganz schön viel los hier. Molotow Cocktail. Auch Bombe Brecheisen. Die hätte ich gern mal. Das kann man auch machen. Rauch, Bombe Brecheisen. Rothof nochmal. Und noch eine Mine. Fuck. Holy shit, die sind hier reingegangen. Mann, ich brauch. Hörst du mich? Hast du was gefordert? Nein. 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 Geil, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt ist Padeon gesagt. Ich will jetzt aber eigentlich gar nicht weg von hier. Weil das ist jetzt gerade eine ideale Position zum Verteidigen. Hast du mich jetzt ernsthaft schon verloren? Wirklich? Oder kommt sie hier nicht rein? Ah, nee. Nice. Geil, jetzt kommen wir rein. Cool. Cool. Äh, ja. Das ging schief. Andererseits hätte ich da nicht ein Mini platzieren können. Wäre noch eine Lösung gewesen. Gott sei Dank hat er hier gespeichert. Okay. Liebe Leute. Ich mache an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause. Für euch nur ein minimaler Schnitt. Und dann geht es gerade wieder weiter. Bis gleich. So. Und dann bin ich wieder. Machen wir mal weiter hier. Gehen wir es noch mal ein bisschen offensiver an. Holy shit. Geht. Nice. Was zum Teufel? Wir kommen jetzt bestimmt hier rein. Oder? Alter, das war jetzt echt Glück. Ah, ich will die Animale langsam ein bisschen umbringen. Kommt doch mal hier rein. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin hier. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Na, kommst du rein? Ich habe da eine Mine für dich. Ja, verdammt. Jetzt da eingegesselt. Und da unten sind auch noch zwei. Jetzt tun wir mal ein paar Sachen herstellen. Rauch. Oh, warte mal. Ich glaube, da ist Gott hier rauf. Du bist hier irgendwo, habe ich recht? Na? Warum gehst du jetzt nicht hier rein? Scheiße. Ich komme jetzt auch nicht raus wegen der Mine, oder? Also. Okay. Ähm. Rauchbombe. Mine. Molotow. Öl mehr. Kann ich auch nicht fertigen. Wollen wir mal eine fertigen. Ich würde gerne die Flasche ausrüsten. Sieht mich halt immer sofort. Mann. Alles ruhig. Wir machen das jetzt so. Ähm. Ist jetzt meins. Ich kann das jetzt glaube ich so machen, dass wir jetzt hier mal einen kleinen Cut machen. Die auf der anderen Seite draus werden. Ich glaube, ich brauche da noch einen Moment. Also. Kleinen Cut für euch. So. Und da bin ich wieder. Ähm. Ich war jetzt mehrher tatsächlich da in dieser Bar drin. Und habe die allermeisten jetzt hier umgebracht. Okay. Was haben wir hier für gut ist? Ah. Jo. Komm her. Wir gehen baden. Ja passt. Aber er hat es ja eh auch gesagt. Haben wir jetzt auch ganz gut Schuss. Na ja toll. Okay. Okay. Schnell weiter. Was machen die hier drinnen? Können sie mich nicht einfach gehen lassen? Okay. Hinter dem Auto. Okay. Jetzt soweit safe. Wir gehen mal hier lang. Oh scheiße. Sind schon wieder die Nächsten hier. Okay. Schnell vorbei. Komm. Du schaffst das. Scheiße. Was machen wir mit dem Letzten hier? Das ist praktisch. Oder töte ich den? Weil ich kann ja hier nicht vorbei. Ja. Ich töte den. Muss ich. Ich bin hier. Alles klar? Alles sicher hier. Warte. Augen auf. Scheiße. Hey Leppner. Das hat uns natürlich alle gehört. Hätte eigentlich die Schrotflinte nutzen können. Scheiße. Ja genau. Von hier unten. Fuuuck. Fuuuck. hab ich jetzt euch beide nice gut weg hier ich hätte gern wieder der waffe die anständig laden ist ja du bist auf dem richtigen weg weiter so komm ich zu dir das gebiet ist abgesperrt versuch durch die läden zu kommen ach man durch die läden hat aber hier auch alles relativ zu was oder hier aufs auto auf ich glaube ich habe einen weg gefunden die shadows sind überall ich halte sie auf bis wir uns vor der kirche treffen und ein fahrzeug für die flucht sichern roger zeig sie in johnny wir sind fast da da sage ich nicht nein okay was kann man herstellen brecheisen flasche wieder nicht monotov ausrüsten werden noch ein herstellen noch einer dem von alle guten dinge sind drei auf stemmen na geil ich kann ja nicht raus ok schrotflinte alter der nächste das ganze noch mal ich habe einen bei der kirche das heilige scheiße ghost hast du das wer sonst jetzt geh wir haben eine pause verdammt ghost bitte bestätigen johnny ich habe besuch in der kirche und ich bin der zweite hier komm zur treppe ich werde auf sein verstanden doch doll bürger burn baby fuck 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 alter okay ich muss hier raus das läuft auch nicht Da machen wir Schrotflinte. Was ist er jetzt? 20 Schuss. Schrotflinte. Wir probieren es. Komm, lass mich doch mal hier rausgehen. 20 Schrotflinte. Mann, das schaffe ich nicht. Außer, hm. Wie viele Molotows kann ich denn machen? Gar keinen mehr. Aber ausgelöstet mit I. Das ist jetzt... Das wollte ich nicht. Fuck! Alle Shadows. Ich habe einen bei der Kirche. Heilige Scheiße. Ghost, was du das? Wer sonst? Ja, ich komme hier nicht raus. So, ein Laufen hier. Das glaube ich war jetzt hier eine blöde Idee. Was probiere ich jetzt? Gebt mir mal eine Pause, verdammt! Ghost, was du beschäsigen? Johnny, ich habe Besuch in der Kirche und sie sind nicht so weit hier. Komm zu Treppe, ich werde es aufzeigen. Verstanden, Lieutenant! Mark! Kannst du mich hören? Berecht? Bitte kommen! Will! Das ist Mark! Vermildet sich nicht! Wachsam bleiben! Roger! Mann am Boden! Das ist Mark! Perimeter sicher! Halte mich bereit, wenn ihr was findet! Alle Schadot! Möglichste Feinde in der Nähe! Seid auf alles gefasst! Der Päscher! Genau hier! Der hat nichts mehr! Wow, 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 wow! Mann! Ah, jetzt langsam kostet es mich schon mal an. Bitte lasst mich jetzt draußen starten. Und nicht drin. Halte mich bereit, wenn ihr was findet! All alles hat uns mögliche Feinde in der Nähe! Seid auf alles gefasst! Hör schon raus! Noch einen Kollegen! Ich werde mich fischen! Ja, komm doch mal hier rein! Was, wo? Fuck, fuck, Arschloch! Ah, das wird einfach nichts! Geh mal von hinten! Du hast mich nicht gesehen! Du hast mich nicht gesehen! Mann, das ist doch kacke! Leute, für euch gibt es auch mal einen Cut! Das ist echt nicht so gut! Also, bis gleich! So, da bin ich wieder! Und ihr seht es gerade im Hintergrund! Ich habe es bis zur Kirche geschafft! Ich bin jetzt einfach an das Trajekt durchgelaufen! Dann sind die Gegner auf einmal verschwunden! Und der Ghost ist jetzt hier gerade am rauslaufen! Und geht hier vermutlich gerade über den Zaun drüber! Und ja, das war die Stelle, wo ich Pause gemacht habe! Und gehen wir mal wieder rein! Ich habe es, wie gesagt, nicht viel verpasst! Hast du Munition? Ja, was, was du nicht sagst! Keine Munition! Keine Munition mehr! Mach das! Da, geil! Falsche Waffe! Falsche Waffe! Fach Munition So Ghost, komm Laufen wir Okay Gott sei Dank Endlich, weg hier Fahr Ja, so geht's auch Mit welcher Munition? Okay, das wird jetzt eine Fluchtfahrt, oder? Oder Katzin Katzin Wo sind wir? Alejandros Versteck Er hat mir den Standort für Notfälle genannt Und wieso nicht mehr? Weil es nicht nötig war Zählen meine Notfälle nicht? Rückplotter Hat Alejandro gelegt Cleverer Mistkerl Da Bleib stehen Wer ist da hin? Rodolfo? So Ghost Ihr lebt Sieht so aus Schön euch zu sehen, amigos Igual, amigo Guter Wort Wo wart ihr, Jungs? Auf der Flucht Ich war auf der Flucht Ghost hat gewartet Versteht sich? Nein Ja Wir sind ein Team Wir alle Ich hatte das Kommando Und jetzt brauche ich Hilfe Niemand kämpft allein Was ist mit Graves los? Wissen wir nicht Las Almas korrumpiert alle Uns nicht Vorerst Sind General Shepard Laswell Und alle, die nicht hier im Raum sind Als Feinde zu betrachten Mit einer Ausnahme Alejandro Wir brauchen ihn Wenn Graves hält ihn hier fest Sein ganz persönliches Gefängnis Mein Team ist auch da drin Wir kriegen wir sie frei Wir brechen ein Genau deshalb liebe ich Ghost Das alleine wird nicht reichen Gut bestickt Okay Mein Mann Wir brauchen was zum Fahren Möglichst gut gepanzert Alcantro hat an alles gedacht Das hat er Holen wir ihn raus Das alte Gefängnis liegt abgelegen außerhalb von das Almas War hoch Sicherheit Wurde aber geschlossen als die Narcos übernahm Es gibt keine Landebahn Aber rechnet mit Hubschraubern Wir fahren zu einem Absatzpunkt und dann zu Fuß zum Einstieg Hier Sollten die Türme bemannt sein, müssen wir sie zuerst ausschalten Und dann die Mauer mit Seilen hoch Was ist mit Kameras? Im Sicherheitsraum gibt es Überwachung Damit spüren wir Alejandro und den Rest deiner Männer auf Teilen wir uns auf Während Rudy L. sucht Helfe ich über die Kameras Ghost Sprengladung zu platzieren Ablenkung und Sabotage Sehr schön, Johnny Hab von den Besten gelernt Sobald wir Alejandro und Los Barqueros gefunden haben Sammeln wir uns und befreien sie Wir nehmen Waffen für meine Männer mit Und kämpfen uns auf dem Weg wieder raus, wie wir rein sind Noch Fragen? Wo erfahrten wir? Wie nächste große Party Super Rechnen mit Patrouillen im Außenbereich Ohne Zweifel Sind wir bereit? Nein Waffen, Munition und Sprengsätze eingepackt Ich hab den Wort packen Steigseile Check Check Hoffentlich lebt Alejandro noch Tut er mir nach Okay, aber ich würde sagen Für die Aufnahmesession war es das jetzt erstmal Und auch für die aktuelle Folge Ich weiß gar nicht, wie viel denn das jetzt ist Weil ich habe jetzt am Stück aufgenommen Und seht uns dann beim nächsten Mal zum Showdown im Gefängnis Ich glaube, da wird volle Party abgehen Also bis dann Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben Tschüss Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Brabura Bis zum nächsten Mal Tschüss